Beim BVB verfolgt man bekanntlich das Ziel, die Verträge in Zukunft leistungsbezogener zu gestalten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen hat man viele Spitzenverdiener im Kader, die kaum bis gar nicht spielen und zum anderen rufen viele Spieler nicht mehr die Leistungen ab, weswegen sie überhaupt erst verpflichtet wurden. Vor diesen Hintergründen ist die Entscheidung, eine neue Richtung einzuschlagen, absolut nachvollziehbar. Doch kann der Plan auch langfristig zum Erfolg führen? Genau um diese Frage soll es hier heute gehen. Deswegen machen wir mal ein kleines Pro und Contra, um zumindest mal eine kleine Prognose darüber abzugeben, wie gut ein solches Modell im heutigen Fußball funktionieren kann. Fangen wir mal mit den positiven Seiten an. Und zwar werden die Grundgehälter drastisch gekürzt werden. Damit spart der BVB vor allem im Falle von Fehleinkäufen eine Menge Geld. Fälle wie Nico Schulz, Emrejan und Thomas Meunier sollen in Zukunft vermieden werden. Auch sollen Fälle vermieden werden, bei denen der BVB für einige Spieler zur Wohlfühloase für Leistungsmuffel mutiert. Denn nur wer Leistung zeigt, spielt und zum Erfolg beiträgt, erhält auch ein höheres Gehalt. So zumindest der Plan der Zukunft. Zusätzlich sollen eben solche Verträge auch dazu beitragen, dass der Konkurrenzkampf im Training nochmal deutlich Fahrt aufnimmt. Denn wer sich durchsetzt, hat natürlich bessere Chancen, seine Boni zu erreichen. Im Idealfall wird damit gleichzeitig auch erreicht werden, dass die Spieler eine erhöhte Motivation an den Tag legen. Beim einen oder anderen hat man zwischendurch nämlich das Gefühl, dass er sich denkt, eigentlich egal wie ich heute spiele, solange der Betrag auf meinem Konto stimmt. Dementsprechend kann man hier grundsätzlich die Idee, die hier verfolgt wird, absolut nachvollziehen. Dennoch gibt es natürlich auch Gegenargumente, die meiner Meinung nach nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Denn dadurch, dass eben die Grundgehälter sinken, werden mit Sicherheit auch Spieler abgeschreckt werden, zum BVB zu wechseln. Denn Fakt ist nun mal, dass Geld im Fußball eine ziemlich große Rolle spielt. Gerade fertige Spieler werden immer ein festes Gehalt kassieren wollen. Und dieses werden sie vor allem in anderen Ligen, wie zum Beispiel der Premier League auch bekommen. Mit diesem Modell besteht also die große Gefahr, immer weniger attraktive Spieler zu werden, die aus dem Talentstatus raus sind. Ein weiterer Nachteil könnte aus der Art der leistungsbezogenen Boni entstehen. Bei einem Stürmer liegt nahe, dass eine mögliche Klausel wie folgt aussehen könnte. Erziele X Tore und erhalte dafür Summe Y. Dadurch könnte ein gewisser Egoismus entstehen, der dem Erfolg empfindlich schaden kann. An der Stelle wird es extrem wichtig sein, die Boni richtig zu verpacken. Zum Beispiel sollte man Tore und Assists bei Offensivspielern die gleiche Gewichtung zukommen lassen. Damit wäre ein potenzielles Problem relativ einfach gelöst. Bei Abwehrspielern wird es dann auch nochmal richtig interessant. Legt man den Fokus auf gewonnene Zweikämpfe, die Anzahl der geführten Zweikämpfe oder geht man hier auf die Anzahl der zu Null Spiele? Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Vielleicht merkt ihr, worauf ich hinaus will. Hier die Boni richtig zu setzen, wird definitiv nicht einfach werden. Natürlich darf man an der Stelle nicht vergessen, dass es solche Boni schon lange gibt und diese auch in sehr vielen Verträgen enthalten sind. Von daher fragt ihr euch vielleicht, warum ich das Ganze hier so kompliziert mache. Das liegt schlicht daran, dass es einen Unterschied zwischen den klassischen Boni und stark leistungsbezogenen Verträgen gibt. Bei denen die Boni das Gehalt unter Umständen immens erhöhen können, vielleicht sogar verdoppeln. Denn in diesem Fall wären die Boni nicht nur ein schöner Nebeneffekt, sondern der entscheidende Faktor. Der erste, der einen solchen Vertrag beim BVB unterschreiben soll, ist übrigens Yusufa Mokoko. Da verlaufen die Verhandlungen, wenn man den Berichten glauben darf, eher schleppend. Gestern habe ich allerdings dem Pillar-Stream gelauscht und da hieß es, dass seine Insider-Quellen ihm sagen, dass Mokoko bleiben wird. Wenn dem tatsächlich so ist und ich glaube dem jetzt einfach mal, wenn er sich da schon so aus dem Fenster lehnt, wird Mokoko der erste sein, der einen solchen Vertrag unterzeichnet. Und da bin ich dann mal richtig gespannt, welche Details wir zum Vertrag bekommen werden. Dazu werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen. Egal, dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Spannend wird es vor allem dann bei den Rotationsspielern oder bei Spielern, die sich im Formtief befinden und dadurch einige Spiele auf der Bank sitzen. Bei ihnen besteht dann natürlich auch die Gefahr, dass die Motivationsgeschichte nach hinten losgeht und zur großen Unzufriedenheit führt. Ihr merkt also, das Thema rund um die leistungsbezogenen Verträge hat verdammt viele Facetten, welche sowohl in eine positive als auch eine negative Richtung kippen können. Ich persönlich finde die Idee dahinter zwar sehr gut und tatsächlich würde ich mir wünschen, dass alle Spieler solche Verträge hätten, aber ich befürchte, dass ein solches Modell neue Probleme mit sich bringen könnte. Ja, für Talente wird man weiterhin mit die Top-Adresse in Europa sein, aber wenn es darum geht, qualitativ hochwertige, erfahrene Spieler für sich zu gewinnen, wird man seine Schwierigkeiten bekommen, diese Spieler unter Vertrag zu nehmen. Aber gut, alles in allem macht der BVB erstmal keinen großen Fehler, diesen Weg auszuprobieren. Vielleicht findet man hier die richtige Mischung, um mehr von den positiven als den negativen Aspekten hervorzuheben. Generell bin ich richtig gespannt, wie der BVB das Ganze managen wird. Die Zukunft wird dann zeigen, ob der neue Weg von Erfolg gekrönt sein wird. Und an der Stelle gebe ich jetzt mal an euch weiter. Was haltet ihr davon, dass der BVB stark leistungsbezogene Verträge installieren will? Schreibt mir mal eure Meinung zum Thema in die Kommentare. Ansonsten Freunde, wenn ihr keine weiteren Neuigkeiten, Transfergerüchte, Prognosen oder Fußballtalks wie diesen mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um immer mit einer frischen Brise Fußball-Content-Brise zu werden. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball! Und dann wird das Ganze wiederholfen, um immer mit einer frischen Brise Fußball-Content-Brise zu werden. Und dann wird das Ganze wiederholfen, um immer mit einer frischen Brise Fußball-Content-Brise zu werden.